Was geht Leute und willkommen zum neuen weiteren Video von meinem Dressing Park Und zwar Let's Fetz diese bauen wir Und wir haben gerade ein bisschen Sturmahnung Aber das macht ja nichts, aber irgendwas ist kaputt Irgendwas ist kaputt Was ist kaputt Oha, vielleicht wegen dem Sturm kommt jetzt keiner Oha Doch, hier ist er ja Shit Was geht denn da ab, ey Oha Geh, Alter Pass auf Ah, jetzt weiss ich, was fehlt, natürlich Äh Ne, Garage, damit sie durchfahren können Stimmt, ist klar, ne Fahrzeuggefährdet Dieser Idiot Oh, hier, perfekt Guck dir das an Und dann direkt so Perfekt, Alter Wie geil, ey Guck dir das an Überall sind wir durch Hier nicht, das lassen wir da Das ist geil, ne Unseren Zug haben wir auch Also Fleischfresserschild Und Fleischfresserschild ist hier hinten, ne Was haben wir hier? Upp, Skelett, das ist doch geil Könnte man den machen Hier vielleicht Genau hier Da ist noch Kiste Hier kann man machen Vielleicht hier irgendwo Bestimmt Hier noch Okay, gut Ich denke Wir können mal Open machen Leute Also Wir öffnen Den Park Der Park ist Geöffnet Und da seht ihr Kommen schon Die ersten Leute Oh, das sind jetzt Alles Arbeiter Oh shit Jetzt kommt auch noch Direkt ein Sturm Super Ist gerade Beste Zeit Achtung Leute Oh yeah Wir haben ein bisschen mehr Toiletten Cool Cool Jetzt kommen die In kleinen Racker Guck mal Winzig Ich denke Die fressen sich hier Gegenseitig auf Lass dich von seiner Grösse nicht täuschen Der kommt so nah Pass auf Leute Mingeh Der explodiert ja gleich Fahr weg Warum fährst du auch hier durch Will er hin Oh, ist denn ein Dino da Und die jetzt ab Oder so Keine Ahnung Oh wow Der Indoraptor Ein Dinosaurier Mit einem Ziel Er kann in der Dunkelheit sehen Und spürt seine Beute Mit Echolotung auf Vielleicht hätte die Natur Den Indoraptor Irgendwann selbst erschaffen Aber ich bin ihr zuvor gekommen Bitte Jetzt müssen wir Schauen wer Der Stärker ist In diesem Käfig Oh, shit Mingeh Er hat mich verletzt Hey Töte meinen Drei Millionen Saurier nicht Es gibt auf Shit Der Kleine hat gewonnen Krass Also Leute Ihr seht Hier geht es ganz schön ab In unserem Park Und ja Natürlich Vergesst nicht Dieses Diesen YouTube Kanal zu abonnieren Damit ihr kein Video mehr verpasst Und wenn ihr sehen wollt Wie es weitergeht Schaltet Beim nächsten Mal ein Und ich hoffe Wir können ihn retten Unseren schönen Zwei Millionen Dollar Saurier Oder drei Millionen Wie viel auch immer Also Liebe Leute Schaltet ein Zum nächsten Mal Tschüss